Sobald du dich auf dich selbst fokussierst, ziehst du alles an, was für dich gedacht ist. Deine Gedanken sind stark. Lerne sie richtig einzusetzen. Du denkst, du seist nicht gut genug, dabei bist du überqualifiziert. Du hast alles in dir. Eines Tages wirst du alles haben, was du möchtest. Hör nie auf, an dich zu glauben.